Gemeinsames Weihnachten, Timo Bartels wiedervergeben Timo Bartels, 27, ist endlich wiedervergeben. Über die Suche nach seiner Traumfrau hatte der Club der Roten Bänder Star stets offen gesprochen. Sogar auf Tinder war der Schauspieler unterwegs, war allerdings zwiegespalten. Was die Dating-App betrifft. Im September hatte er jedoch gegenüber Promi Flash angedeutet, dass er wieder frisch verliebt sein könnte. Jetzt machte es der Darsteller sogar offiziell, Timo ist wieder in einer Beziehung. Im Interview mit Bild sprach der 27-Jährige über seine Weihnachtspläne. Die Feiertage hat der Filmstar schon ein paar Mal mit potenziellen Schwiegereltern verbracht. Und das mache ich dieses Jahr auch, verriet Timo dabei grinsend. Er ist also wieder in festen Händen. Und das Ganze scheint auch noch recht frisch zu sein. Ich bin aufgeregt. Es ist unser erstes gemeinsames Weihnachten, erzählte der gebürtige Berliner. In den vergangenen Jahren hat sich Weihnachten für Timo ohnehin verändert. Vor drei Jahren verlor er seinen Vater und empfindet die Feiertage seit seinem Tod ganz anders. Das checkt man dann manchmal erst nach so einer Situation, wie wertvoll jedes Weihnachten ist. Wenn dann auf einmal jemand fehlt, betonte der Serienstar gegenüber Bild.